Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ihr habt ja schon dieses neue Brawl Stars Video gesehen. Das wird jetzt langsam gang und gäbe wie Gaming, auch von heute und draußen, wie heute. Jetzt sehe ich Oliver und den Dingen hier an. Das ist natürlich... Und jetzt kommt erstmal das Intro. Jetzt kommt das Intro. Und jetzt dreht er uns an. Dann macht er so ein... Let's go! Okay, komm, los geht's. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, mich gut festzuhalten. Ja, Leute. Ich mach mich da am besten. So, gut, los geht's. Jetzt sagt Paul, los geht's. Jetzt seht ihr das mal aus meiner Sicht? Ja, es ist mir. Kann doch gleich mal das Handy irgendwo abstellen. Oh Gott, ich warte jetzt ja. Dann, dann, dann seht ihr das mal. Dann seht ihr meine Sicht, wie ich hochfliege. Oliver kann mich ja noch filmen. Wenn ich den klicke. Ich klicke, ja. Nee, aber nicht so sehr, weil ich muss mich auch irgendwie festzuhalten. Hier. Ich glaube, er wäre auch nicht wohl noch hängen. Wie? Oh, mein kleines Ball. Ah. Okay, Paul ist drauf. Puh, Paul, wackel nicht auf. Sonst fliegt dein Handy mit runter. Wenn du wackelst, ist es dein Handy, nicht meins. Ist mir scheißegal. Hui. Puh, voll gegen die Stange. Und da ist Paul. Paul, auf zu wackeln. Gut, Leute, ich stelle das Handy jetzt hier irgendwo ab. Und dann seht ihr jetzt mal aus Pauls Sicht. Nee, geht nicht. Warte. Wir bräuchten eine Kamera. Ehe nicht, der es filmt. Nächsten Tag. Probiert das mal, dass es so hochkommt. So. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht dann. Man sieht ein bisschen Gras. Ich denke, ja, man sieht es. Ich denke, Leute, jetzt seht ihr es aus Pauls. An der Sicht. Und wieder ein Pauls. Ich würde sagen, let's go. Sorry für die Gras haben, Leute. Die Klingeln ist alles positiv. Ich bin am Mittag. Also, Leute, wir drehen am Mittag noch eins. Das ist das erste Video, Leute. Wir müssen ja auch nicht sagen. Wir machen ja ein Ende. Wuh. Schon einschränkt, Leute, ne? Oh Gott, jetzt bin ich mal viel höher, Alter. Rauch, komm. Du bist drauf. Du willst fliegen. Alter. Ja. Komm, der fliegt. Komm, der fliegt. Wuh. Sag mal, bin ich ein Oliver? Moritz, jetzt rausschneiden. Ab jetzt. Moritz, ab jetzt geht's weiter. Moritz, nochmal so. Wir werden uns jetzt, also nicht Moritz, wir werden uns jetzt andrehen. Und schaut mal bei Moritz Licht vorbei. Echt ein super YouTube-Kanal, schaut da vorbei. Er ist auch unser Cutter, eigentlich Kameramann, der cuttet aber gerade unser Video und so. Hat er jetzt keine Zeit und ich würde sagen, nächste Runde. Halt doch mal so ein bisschen Musik hinterlegen, Moritz. Da musst du ja mal wieder auf die Bekunft machen. Hau. Ich drehe dich jetzt nicht hoch rein. Ich glaube, wir fahren. Ich mach das schon so gut. Okay, Frau, übertreib jetzt, Leute. Ich übertreib jetzt übelst. Ich muss aber dann noch auf die scheiß Finges drauf kommen. Ich mach schön Abgang. Wir können ja mal aufnehmen, wenn Polly und so mit dir sind. Wenn wir die Füße hochdrehen. Dann macht Spaß. Glaub dir mal, wir müssen was zum Sehen, Alter. Dann muss ich wieder angedreht werden. Kurz dann, Alter. Scheiße, Leute. Was ist denn jetzt passiert? Alter. Scheiße. Ich weiß nicht, Alter. Hab dir den Appen gesehen, Alter. Mein Fall hingesogen ist. Junge, ich hab echt gedacht, ich krieg jetzt übelst in Schock. Park, Leute. Ja, ich hoffe, das hat nicht wehgetan. Junge. Du wirst mal abfliegen, Alter. Ich hab ja gesagt, ich hoffe, es hat nicht so wehgetan. Das war's mit diesem Video, Leute. Wir würden sagen, das war's mit dem Video. Schaut mal bei Herli vorbei, ist mein Kanal. Bitte alle abonnieren. Ich brauch die Abonnenten. Ja, ist ja so. Unser Katja, Moritz ist. Und schau mit der dort hinten. Fliegt dezent aus dem Fenster. Ja, der dort hinten. Ja, lass ihn, lass ihn. Fliegt da dezent aus dem Fenster. Haut rein und ciao.